Ich habe euch echt schlechte Nachrichten zu machen. Die Gastfamilie scheint sehr, sehr streng zu sein und ich meine sehr streng religiös zu sein. Ja, katholisch. Ich freue mich schon darauf, jeden Tag mindestens dreimal am Tag zu beten und ich hoffe, es kommt noch nicht dazu, dass man noch das arme Maria noch hinterher aufsagen muss oder auswendig können muss. Und dabei habe ich mich so sehr darauf gefreut. Naja, man kann halt nichts machen. Okay, sie haben einen Butler und drei Haushälterinnen. Aber auf das Beten freue ich mich jetzt überhaupt nicht. Okay, Rane! Ich freue mich nicht. Ich freue mich. Jungs, ich freue mich. Ihr müsst euch damit das Problem finden. Ich freue mich damit zum Beispiel. Untertitelung des ZDF, 2020